Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es wieder raus in die Natur mit Gerda. Ich wünsche euch viel Spaß beim Videoschauen und zwischendurch melde ich mich immer mal. Jetzt gehen wir mal hier entlang, dort den Wanderweg lang. Wollen wir mal gucken, wo uns der Weg hinführt. Hier befindet sich ein kleiner See oder ein Loch würde ich sagen. Es riecht etwas unangenehm, aber das sind natürliche Fortgänge. Schön ist natürlich auch, wenn man viel wandern geht, findet man auch Fährtenflächen, dass man mit einem Hund fleißig trainieren kann. Und wenn ich mir so umgucke hier, hat man ein schönes Gelände. Ja. 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 Musik 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 Manchmal muss man feststellen, dass der eingeschlagene Weg nicht der richtige ist. Also gehen wir langsam wieder zurück und suchen uns einen anderen Weg. Wir werden mal wieder Richtung Wald laufen. Wir werden mal wieder zurück und suchen uns einen anderen Weg. Wir werden mal wieder zurück. Wir werden mal wieder zurück. So, jetzt sind wir wieder auf dem Hauptweg angekommen. Und dann gehen wir in den altbewährten Wald rein. Da gibt es auch genug Wege, die wir noch nicht langgelaufen sind. Ja, jetzt gehen wir runter Richtung See. So haben wir am Angelteich angekommen. Und dann haben wir hier einen schönen Weg gefunden, wo wir hier langlaufen können. Links von uns ist der dunkle Wald und rechts ist, wie gesagt, der Angelsee. Und dann gehen wir hier. Und dann gehen wir hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich liebe diese Stille, diese Ruhe. Der Wind lässt die Bäume tanzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Wind hat jetzt schön zugenommen. Die Bäume singen richtig, die machen Geräusche. Und das ist fantastisch. Musik Wir wollen hoffen, dass sich das Wetter noch hält. Ein paar Tropfen kommen schon runter. Ich weiß nicht, wie lange meine Linse sauber bleibt. Kaum sah ich es. Kommen da ein Tropfen rauf. Musik Nun sieht man es auch wieder auf der Linse. Der Regen hat zugenommen. Ist aber noch erträglich. Bis zum Auto ist es nicht mehr weit. Musik 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 gemacht und der Regen hat sich auch verzogen. Jetzt gehen wir gemütlich zurück zum Auto. Kaum erzähle ich, dass sich der Regen verzogen hat, kommt noch ein Tropfen auf meine Linser, also es tropft noch leicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben und über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Untertitelung des ZDF, 2020